So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Bei mir ist heute Z-Day. Ich nehme das Video also am Z-Day auf, einen Tag, bevor es rauskommt, weil ihr kriegt das Video einen Tag nach dem Z-Day am Sonntag. Außer es gibt natürlich wieder News, dann verschiebt sich wahrscheinlich wieder alles. Ich habe letztens das Shaman abgeholt bei den ganzen Spezialforschungen. Ich blicke bei den Spezialforschungen eh nicht mehr durch. Da ist immerzu so viel los hier drüben. Jetzt habe ich schon wieder da oben was drin. Das ist, glaube ich, auch in einem der letzten Videos plötzlich aufgetaucht, wo ich gesagt habe, das machen wir jetzt nicht. Das müssen wir extra machen. Denn jeder, egal wann der anfängt zu spielen, egal wann der sich einen Account macht oder was mit dem abgeht, jeder kriegt ja die Spezialforschungen für die ganzen mysteriösen Pokémon. Auch Mew, Meloetta, Shirachi, Shaman, die gibt es ja alle kostenlos nacheinander. Es sind nicht alle von Anfang an verfügbar. Ihr müsst theoretisch bei einer auf einer bestimmten Seite angekommen sein, damit die nächste freigeschalten wird, damit man sieht, okay, wir bombardieren ihn nicht zu und machen zehn Forschungen gleichzeitig, sondern wenn er einen gewissen Fortschritt hat, kriegt er auch nochmal eine weitere. Letztens haben wir Shaman abgeholt. Heute geht es, glaube ich, um Meloetta. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich möchte es abholen. Auf dem Main-Account hatte ich damals einen 98er Meloetta bekommen. Ich habe auch gesehen, dass es ziemlich hochkommt von dem WP. Ich hatte damals auch viele Sonderbonbons immer ins Meloetta gesteckt. Ich habe es im Endeffekt aber nie hochgezogen und jetzt geht es nicht mehr. Was ich noch kurz anmerken möchte, und zwar, heute ist, wie gesagt, der Sea Day. Ich habe jetzt ein Glückseiern gemacht aus Sicherheitsvorkehrungen. Denn ich habe wieder mal nach 0 Uhr Geschenke verschickt an jeden, der zum Sea Day aufsteigt. Egal, ob Stufe 1, 2, 3, 4, 5. Wer Stufe 1, 2 außerhalb des Sea Days öffnet, das ist ja okay. Stufe 3 und 4 natürlich immer zum Sea Day. Das wäre auf jeden Fall schön. Das wäre gut für euch, für eure Freunde, für mich, für alles. Jetzt habe ich es trotzdem wieder erlebt. Gestern, ich bin dann abends nochmal ins Spiel, habe die Geschenke verteilt und kaum bin ich raus. Nachdem ich die Geschenke verteilt habe, kam schon wieder der erste Levelaufstieg, weil einer direkt wieder aufgerissen hat. Ist schade, ich habe den dann natürlich direkt gelöscht. Jetzt habe ich frühs das Handy angemacht. Ich habe gesehen, oh, da kommt ein Levelaufstieg, da kommt wieder ein Levelaufstieg. Habe ich beide direkt gelöscht. Ich habe dann ein Glückseier angemacht. Nachdem ich das Glückseier angemacht habe, habe ich nochmal 5 oder 6 weitere Levelaufstiege gehabt. Zu Überfreund, sodass ich halt 150.000 dann statt 75.000 kriege. Habe ich gemacht. Passt. Habe die Leute aber trotzdem alle gelöscht. Jetzt heißt das nicht, die haben bei mir verkackt. Ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben, sondern ich möchte darauf hinweisen. Weil wenn die das bei Stufe 3 machen, dann machen die das bei Stufe 4 ja sicherlich genauso, weil sie entweder gar nicht wissen, dass heute CD ist oder weil sie sagen, ihnen sind die IP egal. Aber wenn sie denen egal sind, dann können die ja sie mir überlassen oder eben ihren Freunden. Und wer halt das nicht weiß mit dem Community-Act, den möchte ich eben darauf hinweisen. Und meistens ist es ja, wenn du jemanden löscht, meldet er sich zwei Sekunden später bei dir und fragt, warum hast du mich gelöscht? Und dann kannst du dem erklären, weil das war C-Day, 14 Uhr, Glückseier, Levelaufstiege, perfekt. Und dann heißt es immer, das wusste ich nicht. Okay, bei beste Freunde werde ich darauf achten. Und dann verbindet man sich wieder. Also so regle ich das immer. Heißt nicht, dass ich denjenigen jetzt hasse und der nie wieder mit mir befreundet sein darf oder irgendwas. Ich möchte nur diejenigen darauf hinweisen, dass es halt schöner wäre. Die haben ja auch Freunde bei sich drin, die vielleicht nicht so weit im Level sind, die auf die Punkte angewiesen wären, selbst wenn die selber die Punkte gar nicht mehr brauchen. Und dann wäre das toll, wenn man da drauf achtet. Gleichzeitig, weil ich das Glückseil jetzt anhabe, kann ich hier auch noch ein paar Sachen abholen, wo es IP gibt. Hier stand auch was mit 4.500. Habe ich hier, guck mal hier, ein Sprung in der Zeit, 1 von 8. Das muss auch wieder eine mysteriöse Aufgabe sein. Da können wir hier auch dreimal 1.000 IP abholen. Und hier gibt es nochmal eine Superbrutmaschine, Bälle. Ja, was haben wir sonst? Wir machen eben mal durch. Wichtig für mich ist eigentlich, dass ich irgendwo Mew bekomme. Ich habe nämlich gerade eine Level-Quest, wo ich eben Platin-Medaillen brauche. Und bei der Kando-Medaille fehlt mir jetzt nur noch Mew und Mewtwo. Mewtwo kriege ich aus der Level 50-Quest. Aber ich brauche ja vorher die Platin-Medaillen. Das heißt, vielleicht kommt demnächst Mewtwo mal in die Raids. Man tauscht sich eins, aber erst bei Best Friends für 40.000, niemals für 80.000. Das macht keinen Sinn. Dann habt Geduld. Aber Mew kannst du ja nicht tauschen. Das musst du selber aus einer Quest kriegen. Eine mysteriöse Entdeckung. Ist das vielleicht sogar schon Mew? Ich weiß es nicht. Hier, mehr zu Meltan können wir auch abholen. Das ist so lange her. Wann gab es denn diese Spezialforschung vielleicht? Vielleicht 2016, 2017. Jetzt ist 2023. Also, als ob ich jetzt noch weiß, wie die Mew-Quest heißt. Ihr seht, wir kommen gerade vom Meloetta ein Stück weg. Hier könnte man was abholen, können wir aber auch nicht, weil es steht ja da, du musst erstmal hier deine Spezialforschung oben abholen. Na, dann machen wir das jetzt. Hier steht ja ein wildes Meloetta-Erschein. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Das tanzt hier auch. Ja, es singt und tanzt und klatscht und jauchzt und jodelt und oh mein Gott. Damit zum Go-Face, als das dann eingeführt wurde, hatten ein paar Pokémon ja auch Meloetta-Hut. So, jetzt kann man es fangen. Gucken wir, wir curven und werfen großartig. Trifft eigentlich jeder Ball großartig oder ist es wirklich, wenn man in einen imaginären Kreis wirft? Da steht wieder großartig da. Also, wahrscheinlich kannst du gar nicht einfach fabelhaft treffen. Du kannst wahrscheinlich auch nicht gut treffen oder gar nicht. Oder warte mal. Ah, gar nicht getroffen. Hm, großartig. Und eigentlich sind die immer im dritten Ball drin. Ihr könnt leider auch keine Beere geben, sonst würde man natürlich eine gelbe Beere oder so draufzimmern. Dass es halt ein bisschen, äh, dass es mehr Bonbons abwirft. Wir bewerten es jetzt mal. Wir können es ja wahrscheinlich nicht verschicken. Es hat 15 Angriff, 15, 11, 11. Das ist das Meloetta. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Hier ist wieder was anderes. Versteckt jetzt ein Reitschuh noch drin. Was wir jetzt noch mitnehmen können irgendwie. Brauche ich aber glaube ich nicht. Ich muss ja eh, ist ja Free-to-Play-Account. Ich muss alles immer möglichst gering halten. Letzte Zeit habe ich wieder versucht, nur die Items aufzustocken. Dass ich auch mal ein paar Sonderbonbons ansammeln kann. Die nicht in irgendwas anderes reinpacken muss. Sondern mit den letzten 127 Stück, die ich angesammelt habe, habe ich gewartet jetzt auf Terrakium. Habe das bei Terrakium reingepackt. Das fand ich nützlich. Damit ich doch vielleicht auch mal ein legendäres auf Level 40 habe. Ansonsten ist das ja gefühlt alles ohne irgendwas. Kämpfe in 10 Raids. Fange 5 Owei. Entwickel ein Magnetilo. Geht es hier weiter. Schließe 3 neue Freundschaften. Entwickel ein Pokémon vom Typ Pflanze. Fange 3 Tage hintereinander ein Pokémon. Kämpfe 45 Mal in der Go-Kampf-Liga. Verdienen 45 Bonbons. Oh, da gibt es 3 Raid-Pässe. Eigentlich müsste man das jetzt in der Zeit, wo Terrakium noch da ist, lösen. Damit man diese 3 Pässe noch für Terrakium raushauen kann. Hier gibt es auch Gewinne 14. Ah, toll. Gewinne 14 Raids dauert bei mir halt 14 Tage. Weil ich ja täglich nur meinen Daily Pass habe. Ansonsten, ja, eine mysteriöse Entdeckung. 50 Bären. Vielleicht kann man das heute am Seed Day noch mitmachen. Der bei euch also dann gestern war. Finde deine Stimme. Mach einen Schnappschuss von Meloetta. Okay, das können wir jetzt aber mal ganz kurz machen. Dass wir hier drauf, das ist kein Meloetta, auch nochmal weiterkommen. Drücken also hier. So, so. Zack. Das seid ihr hier. Das ist ja der Hintergrund. So. Da hat man sogar was gehört. Ist das ein Schnappschuss? Hat gezählt. Wo ist jetzt diese Drecke hier auf? Hier unten. Da gibt es jetzt Bonbons. Da gibt es EP. Da gibt es Staub. Da gibt es Sticker. Das ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt redet er wieder irgendwelchen Schmarrn. Hier ist die Teamplay-Aufgabe. Da sind wir auch bei 3 von 4. Hier erscheint auch ein Pokémon und wir können ein neues T-Shirt anziehen. Das Blitzer-T-Shirt. Hier ist ein Blitzer drin. Und wir können das Blitzer-T-Shirt anziehen. Wir haben momentan, glaube ich, das Aquana-T-Shirt an, oder? Es gab ein Evoli-T-Shirt auf der ersten Seite. Bei der zweiten gab es ein Aquana-T-Shirt. Jetzt gab es ein Blitzer-T-Shirt. Da müsste es auf der letzten dann wohl ein Flamara-T-Shirt geben. Weil das hat ja nur diese drei Grundformen da. Finde deine Stimme. So, kann ich jetzt hier nochmal EP abholen. Hier nochmal ein Log-Modul. Sonder-Bonbons. Das ist super. Da ist diese Quest jetzt vielleicht ganz weg. Nochmal 30 Team-Herausforderungen abschließen. Bei Teamplay 4 von 4. Feuer-Pokémon im Team fangen. Dann gibt es das Flamara-T-Shirt. Meltan kann ich, wie gesagt, jetzt nicht machen. Das kann ich nicht machen. Nee, nee. Mysteriöse Entdeckung. Abyss-Zegarde. Man traut sich ja gar nicht mal, Naruto zu folgen. Das haben wir eigentlich am Seaday immer gemacht. Naruto gefolgt. Ich weiß nicht. Also heute ist Seaday. Ob ich da vielleicht mal wieder probiere, einer Route zu folgen. Wir haben ja letztens im Team gespielt. Da konnte man als Team keiner Route folgen. Jetzt angeblich wäre es möglich, dass man auch während man im Team ist, einer Route folgen kann. Und das alles zu kombinieren, dass man hier die auch fertig hat. Rauch würde ich dann ja eh anwenden. Ach, mal gucken. Wir probieren es vielleicht mal aus am Seaday. Ihr habt es ja vielleicht gestern dann gesehen, was gemacht wurde und was nicht. Was wollte ich jetzt noch machen? Habe ich nicht gerade irgendwas auf der... Nö. Hä? Nö, scheint alles fertig zu sein. Also alles, was ich fertig machen wollte, ist fertig. Habe ich das Blitzer bewertet? Ah, das T-Shirt wollte ich noch anziehen. Ich muss gucken. Wir haben noch das Aquana-T-Shirt an. Ich möchte jetzt aber das Blitzer-T-Shirt anziehen. Wir gehen also zu wahrscheinlich Oberteile. Dann hier lauter Zeug. Ach so, es ist gleich direkt hier oben. Wir haben jetzt hier das Blitzer-T-Shirt an. Das haben wir jetzt ausgewählt. Und jetzt sieht das doch herrlich aus, oder? Sieht das gut aus? Der Raghium ist immer noch unser Maskottchen hier für den Monat. Das passt auch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, euch, ihr hattet hoffentlich einen schönen Sea-Day. Es hat hoffentlich Spaß gemacht. Was ich nicht verstehe, dass schon wieder Shiggy im Showcase war. Da ist wieder einiges schiefgelaufen. Aber egal. Ich habe kein einziges Shiggy. Wenn ihr mal guckt. Hier, Shiggy. Wenn ihr nach Nummer sortiert. Da ist kein Shiggy da. Kein Shiggy. Ich habe einen Tour-Doc hier. Vielleicht findet man einen Showcase, wo man auch Tour-Talk setzen kann. Glaube ich aber nicht. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht kann Pupsi mir vor dem Sea-Day vielleicht drei Shiggy rüber tauschen. Dann kann man getauschte Shiggy in den Showcase setzen. Müsste möglich sein, dass man sich da ein bisschen hilft. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Das war das kleine Sonntagsvideo. Ich werde zwischendurch reingefummelt, damit ich hier bei den Spezialforschungen endlich mal weitermachen kann. Denn ich konnte hier nicht die Teamplay-Aufgaben machen, wenn ich nicht vorher das Meloette abgeholt habe. Das wollte ich aber im Video abholen. Dass das ein neuer Pokédex-Eintrag ist, dass ihr das seht, dass wir die anderen Sachen noch haben. Und so habe ich mir das vorgestellt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie gut ist euer Meloetta gewesen? Der Main hat einen 98er. Der hier hat keine Ahnung, was das ist. Aber wird hier nie zum Einsatz kommen. Peace out, Vorhaut, euer Ramse.